Hallo und herzlich willkommen zurück bei Amtsgebern in Fractured Space. Diesmal spiele ich wieder mit dem Kollegen Wasti. Ja hallo. Und wir spielen auch wieder im selben Team. Yay! So. Jetzt kann man sich da ein bisschen besser absprechen. Wir gehen wieder. Einnehmen. So muss ich irgendwie Angst haben. Wie es zu ihm ist. Aber es ist leider bei denen das jetzt Anna Disconnected. Es wird bitter für die. Es ging nach Timor Kamen. Können wir nichts machen. Da kommen wir ja nichts zu führen. Da ist ein Enforcer auf unserer Lane. Ich glaube das ist das einzige. Gegnerische Schiff. Ja. Die anderen zwei werden ja wohl hoffentlich damit zurecht kommen. Wenn wir das jetzt auch in dennoch machen. Glaubens. Gute mal. Wenn die genau dasselbe machen. Besonders Team. Kann ich gleich den großen Punkt holen gehen. Kannst du auch wie du wüsst. Achtung, da ist das Flagship. Ich werde es probieren von der Seitenzahl. Probier du rechts fliegen, ich fliege links. Ich bin gerade disabled. Boah, fuck, ich bin nicht disabled. Boah. Der hat mich ace cold erwischt. Scheiße, der hat mich erwischt. Aber wir haben ja schon... Schon einiger schon... Ja, auf alle Fälle jetzt auf B fliegen. Auf B müssen wir gehen. Auf B, 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 B. Auf B, 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 B. Tschau, tschau, Gustau. Ich werde gerne mal schauen, dass ich die Ressourcen da auf der Seite hole. Bist du auf A, oder? Ich war auf A, ja. Ist doch früh los? Nein. Ok. Ich werde ihnen da kurz helfen, weil ich... Zugspunnen da noch. Bei unserer Sniper sollte es sehr ziemlich gut machen. Hmm. Ich habe den Tank Peak. Oh, ich habe den Tank Peak. wie leckts bei mir hat das sound zumindest das legt bei mir das bt ja warum die b2 gut wie gibt es denn das in der durchkommen boah das sind zu zweit in unserer base kunker zurück ab wo so ab so ich bin zu bei den Kammer der kommt doch nicht durch so und jetzt wollen wir ins Kammer 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 unbedingt Kammer 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 da ist ein Flagship ein kopf 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 ja das war es was haben wir stehen gemacht oh da ist noch einer Ah. Mit nochmal. Der wird. Flieg auf B. Uh, da sind sie wieder. Du auf A. Ich glaube wir sollten mal in der Base das Ding holen. Dann bin ich wieder raus. Na, bevor sie mal in die Base kommen. Ich werde in die Base kurz druckflängern. Ich bin auch. Und lau. weißt du was die machen der springt mit dem blink durch die halbe map und 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 holt noch einen immer b2 wir haben uns zwei psk das ist auf der seite 0 das ist doch ressourcen aus und saub gehen also was auf alle fälle akku ist so vielleicht auch mal dazu sagen muss dass durch diese ganzen patches hat die performance so recht gut geworden ist uns bedenkt wie am anfang war so da muss ja schon einiges gemacht ich vermute mal die lane a2 wurde jetzt wurden jetzt alle getötet menschen das war jetzt keine gute idee von dem kollegen die ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Batsch, spring mal Gama, oder? Oder direkt Bs. Ja, Gama, auf Ollefälle. Okay, dann. Auf Ollefälle, weil wenn die das holen dabei, dann haben sie einen entscheidenden Vorteil. Das ist wichtig, mitgeben, dass das Gama holen. Das ist echt wichtig. Hier haben wir die Cap-Drohne da her. Was ist da? Ich bin nicht gar nicht gejumpt. Achtung, unter uns. Bastl. Ja, ich bin... Ja, ich bin... Ja, ich bin doch schon gegen zwei. Allah, ich bin nichts. Aha. Ich bin gleich wieder A-Springer. Lass mal die Ressourcen holen. 20 Sekunden noch. Habt ihr den jetzt hin gemacht oder? Ah ne ist tot, der zweite fliegt nochmal. Jetzt bleibt er hängen. Der springt weg, aber G ist einkommen. Das ist das Wichtigste. Ja, harte Partie. Was mich wundert ist, dass wir von den Ressourcen so weit hinten sind. Das hat echt einiges ausgemacht, dass wir das nicht gleich zurückgeholt haben. Muss ich mal echt weit hinten, ne? Ja. So, da müssen wir echt aufpassen. Das ist gut zum Wiesn. Die linken Raketen waren jetzt super. Direkt in dieses blaue Schild von diesen kleinen. Pass, springen wir gerne in die Bs von denen, oder? Ja. Pass, gehen wir. Ich hole bei denen da nicht so nah. Fack dir ein P2. Fliegen wir weiter. Fliegen wir steigen. Ja, wohl sehr schön. Das war ein guter Motto. Ja. War eine gute Partie. Nun gut, dann würde ich sagen, das war's dann wieder und bis zum nächsten Mal. Salut. Ciao, ciao. Ciao.